In letzten Folgen Erklärt mir das! Das ist die Bresche. Ein gewaltiger Riss in die Welt. Vertrauen müssen. Nennt mir nur einen Grund, warum ich euch vertrauen sollte. Weil mein Leben auf dem Spiel steht. Was habt ihr gemacht? Varic Tethras. Schurke, Geschichtenerzähler und bisweilen auch unerwünschter Weggefährte. Mein Name ist Solas. Es freut mich, dass ihr noch an diesen Verbrecher nach Valroyo zu bringen, wo ihn seine Hinrichtung erwartet. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ihr müsst sie warnen! Wir haben einen Eindringling. Ach! Mit dem ihre Heiligkeit nicht gerechnet hatte. Vielleicht starb dieser jemand mit den anderen. Oder er hat Verbündete, die noch am Leben sind. Hiermit erkläre ich die Inquisition für wieder eingesetzt. Und wiederherstellen mit oder ohne eure Zustimmung. Helft uns die Sache in Ordnung zu bringen, ehe es zu spät ist. He Hallo, Leute und herzlich willkommen wieder bei... Ja, bye, 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 bye. also inquisition bei und ich bin wieder alte alter sagt sagt langsam und vorsichtig wir waren ein bisschen wir sind da wo haben wir letzte aufgehört aber aber ich muss ja gar nicht so mit verarschen ja ja mag ich auch die waffen weg das reisen ganz schnell sozusagen schnell reise auch benutzen oder das das wird gehen würde Diese Ü wird drin geil, aber ich weiß nicht, wie das geht. Gibt es? Gibt es? Oder es geht nicht, aber ich bin schnell reise. Ich will schnell reisen. Jo? Äh, ok. Nein, äh. Hilf! Ey, leg mich einfach. Ich habe mich. Ah, ja, ja. Muss ich wahrscheinlich da gehen, gell? Ich bin jetzt runter gegangen. Und hier haben wir was. Wahrscheinlich so kann ich mir heilen. Und hier haben wir was. Äh, okay. Ist was? Ne. Geben wir weiter. Ja. Auch wenn habe ich mach mir keine. Oh. Oh, das war schon. Ja, oh. Kannst du dich verrecken einfach? Ja, so mag ich. Junge, Junge, Junge. Okay. Seiten. Was haben wir noch da? Seiten. Okay. Und? Du scherbst. Ihr habt euch der Inquisition also angeschlossen, als euch Sucherin Pentagast verhörte. In diesem Punkt war sie ziemlich beharrlich. Interessant. Was ist daran interessant? Es überrascht mich, dass es ausgerechnet ein abtrünniger Elf war, der sich der Inquisition freiwillig angeschlossen hat. Äh. Nö. Na, hast du was? Nö. Und jetzt? Was zu lesen, oder? Ah Ich weiss nicht, wieso, aber Ah, das ist die Dunkelheit Okay, irgendwelche Zeichen Das gibt Tashi Schauen wir mal ein bisschen Eisen Okay, jetzt können wir später eine Waffe bauen Deswegen sammeln das alles Wird auch, wir gut, wenn wir Wow, der Fall Von hinten, ja Kleiner Glückscheißer Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Jaa, umsonst habe ich geschossen, klar aber egal, ich bin doch ganz tot. Der fragt, wie ist das jetzt so dunkel? Ich gehe zu schlagen in die Gesundheit. Was soll ich hier machen, wenn du nicht in die Gesundheit hast? Ich glaube, ich muss mir noch meine letzte Let's Play, welche war Tutorial, mir noch schauen, weil sonst bin ich ein Arsch. Was soll ich denn mit Killingen die Bagger? Wohle, weh, 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 weh. Wohle, weh. Ja, lecker, aber finde ich gut. Ich kann nicht wieviel ich mich killen noch. Yeah! Ich bezweifle, dass das einfache Banditen war. Ihre Vorgehensweise war die einer gut ausgebildeten Gruppe. Ah, scheiße! Aber, der ist nicht das. Wow! Ich kipp hier. Äh, ich kann mir auch scheißen machen, aber... Nein! Oh, scheiße! Nein! Fuck! Alter! Das ist so stark! Ich soll die besiegen! Oh, scheiße! Wo sind wir hin jetzt? Habe ich nicht gespeichert? Scheiße! Fuck! Ah, wir sind da, wo wir waren! Oh, ne, Süd! Voll letzte Kampf! Äh, so Leute, tut mir leid, aber ich hab kurz... Mein Spiel ist abgekackt! Ich nehme alles! Pause! Achso! Äh, können wir Pause irgendwie machen? Halte, Brick, Zug, Position, Halte, mein Angriff, okay! Suchen! Okay, hier gibt's irgendwie nicht Pause, sowas zu unendliches! Ich glaube, wir müssen das machen! Wie war eigentlich sowas? Pause! Wie war das nochmal? Ich will mich nicht erinnern... Okay... Sie sind ziemlich stark, muss ich sagen... Okay, da... Hier ist aber wieder was... Schon wieder nächste Blume! Yay! Und ja... Okay... Äh... Wieso... Äh... Wahrscheinlich musste ich kurz in den Start... Weil da... Äh... So stark ist ein Gegner! Da starte ich nicht, Leute! Ja, äh... Weil ich hab auch nicht viel... Leben! Okay... Ja, ich bin gesund, top fit, aber die anderen sind fast down! Das hält mir sowas von... Äh... Was hab ich da gefunden? Schönes! Nimm ich alles! Äh... Okay... Äh... Warte... Nicht weg... Glaub ich hier! Oder hab ich Chris gemacht? Ich hab... Sotter... Nehm... Nehm... Geh mir raus! Ja, nicht gesund! Das weiße! Junge! So behindert bin ich auch nicht! Äh... Ja... Das... Äh... 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 Ich glaube, ich muss mich nach... Nach oben... Oh mein... Na... 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 Ja... Ja... Aufstehen! Ja... Aufstehen! Ja... Was ist das? Da ist das Fische! Dess... Ah... Ich bin tot! Ja, gib mir! Gibt euch! Ich war am Verrecken! Ich hab irgendwie da reingegangen! Mann, Scheiß! Ich bin der Kaffee, er ist einfach zu schwach Ah jetzt, 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 jetzt war er ein bisschen Glück wahrscheinlich WTF? Ich musste, ich glaube, diesen großen Ding besiegen, wenn ich so was von schnell tot Wo bist du? Geh, den, geh, no Oh, willst du mich verarschen? Boah, Junge Ich gehe weiter, ohne Scheiß Ich gehe weiter, ohne Scheiß Ich gehe weiter, ohne Scheiß